Seit 2000 Jahren lebt der Heilige Geist auf der Erde als Stellvertreter Christi. Stets bemüht, seiner göttlichen Aufgabe gerecht zu werden. Das ist natürlich im Lenkdrauchenbereich eine Sensation. Doch die ruhigen Tage des Heiligen Geistes sind gezählt, als plötzlich Gottes Sohn vor der Tür steht. Hey! Was machst du denn eigentlich da? Am 31. Dezember findet die Apokalypse statt. Ist das Weltuntergang? Ja. Menschen, Tiere, alles weg? Ja. Ihr habt echt einen Vollvogel. Psst! Reh geht's! So was Schönes, das sollt ihr kaputt machen. Das ist gefülllos. Wahrscheinlich war es krank. Das ist ja ein schönes Puppenhaus. Das ist doch kein Puppenhaus. Das ist ein Bühnenmodell von meinem Musical. Solche Sachen machst du? Und deswegen geht an Silvestercore Apokalypse. Wieso nicht? Weil da Premiere ist. Was steht dir vor? Nur der? Das Volk, geknechtet von Hiatiti II. Die Sklavinnen, das sind die da, die leiden unter seiner Willkür. Und ohne ganz besonders, das ist die da. Wer ist das denn? Das ist Simona. Wer? Ja, meine Hauptdarstellerin. Und dann? Dann steht er da. Holy Spirit Megastar. Wir machen ja nie anspruchsvolle Unterhaltung für Erwachsene, oder? Happy New Year. You naked. Ich hab meine Bestimmung erfüllt, ja. Wer hat denn Wunder gewirkt? Wer hat die Jünger gelehrt? Oh. Da haben sich aber zwei schöne Kavalierer ausgesucht. Rau jetzt einfach ab, du Arschloch. Schleich die Abmarsch. Wir drei gehören zusammen, wir sind die Dreifaltigkeit. Das müsste ich jetzt direkt googeln. Das müsste ich jetzt nicht mehr sehen.